Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin hat korrigiert an unserem Ziel-Level. Short habe ich leider nicht gemacht. Werde ich mich gleich nochmal dazu äußern, wieso, weshalb, warum. Ich habe es gestern schon mal in der Gruppe gesagt, warum ich nicht in den Short nochmal reingegangen bin. Es hat seine Gründe. Ja, ansonsten, Bewegung hat eigentlich perfekt gesessen. Wir haben unseren Abverkauf bekommen, sogar relativ flott, haben uns jetzt etwas stabilisiert. Setzt sich der Abverkauf weiter fort oder sehen wir möglicherweise doch nochmal eine Erholung? Und das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Natürlich auch nochmal einen kurzen Blick auf Ethereum, der deutlicher korrigiert hat als sogar nochmal Bitcoin. Deswegen auch hier keine Long. Aber auch das werden wir uns gleich nochmal anschauen und vielleicht nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Aktienmärkte werfen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. So, und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 27.500 US-Dollar. Wir sind gestern perfekt ins Golden Pocket reingekommen. Minimal sogar überschritten. Die Ineffizienz, die ihr hier oben seht, bei knapp 28.184 wurde nicht ganz gefüllt. So, und wir sind jetzt gerade im 1-Stunden-Chart. Und das ist genau der Punkt, warum ich gestern nicht in den Short rein bin. Ihr seht einerseits diese impulsive Kerze, die mit dem 1-Stunden-Schlusskurs auch noch genau über unserem letzten Hoch geschlossen hat. Und sogar noch hier über dieser Supply-Zone, die wir hier bei 27.966 US-Dollar haben. So, nächste Stundenkerze hat das Hoch nochmal abgefischt. Grundsätzlich bearish, hat aber auch wieder über diesen Hoch abgeschlossen. Und auch sehr, sehr viel Verkaufsvolumen drin gehabt. Und das waren so die Gründe, warum ich gesagt habe, ich gehe nicht mehr in diesen Short rein. Jemand anderes hat es ein bisschen besser gemacht. Ich lese mir immer auch gerne die Kommentare unter meinen, sag ich mal, Analysen nochmal mit durch. Und da hat jemand reingeschrieben, ja, er macht das mit einer Fächerstrategie. Ist immer in Teilen reingegangen. Ist auch grundsätzlich genau ja der Plan gewesen, den wir gestern im Video besprochen haben. Dass wir gesagt haben, okay, wir würden dann im Golden Pocket reingehen. Und die nächste Order dann nochmal ein bisschen weiter oben mit einem Stop-Loss bei 28.500, 28.600. Wäre die Strategie gewesen. Nur eben das Volumen war mir etwas zu hoch gleichzeitig. Gleichzeitig, wenn wir uns das mal in RSI angucken, auch hier haben wir sogar noch ein höheres Hoch reingekriegt auf 1-Stunden-Basis. Also wir hatten hier meiner Meinung nach einfach zu viel Risiko, dass wir hier nach oben hin durchbannern. Und wenn wir uns das mal ganz kurz die Aktienmärkte angucken, einfach mal so ein bisschen als Vergleich sehen wir auch, okay, wir sehen hier so einen leicht aufsteigenden Kanal. Die Ineffizienz bei zum Beispiel Dow Jones, wo wir gestern im Video darüber gesprochen haben, ist auch noch nicht gefüllt. Also hier wäre auch die Möglichkeit gewesen, dass wir komplett nach oben durchballern. Dann SPX das gleiche und NDX genau auch das gleiche. Also die Aktienmärkte momentan so ein bisschen so kurz vor dem möglichen Breakout. Und das war eben genau gestern bei den Openings von den Stockmärkten in den USA, dass wir eben diesen Pump damit begonnen haben und dann auch eben dieser Abverkauf kam. Und das waren die zwei Gründe, warum ich gesagt habe, nee, der Short ist mir einfach zu riskant, weil wir genauso einfach hier oben komplett hätten durchballern können aufgrund eben dieses Volumens. Ja, RSI, wie gesagt, keine Bearish Divergence. Im 4-Stunden-Chart war auch nichts, wo ich sagen würde, okay, wir ballern jetzt hoch, beziehungsweise gehen jetzt hier in den Short rein. Was man auch hier sehr, sehr gut sehen kann, Volumen auf dem 4-Stunden-Chart war Mist. Sehr, sehr hohes Abverkaufsvolumen, was dazu führen könnte, dass wir eben nochmal diesen Preisbereich hier oben noch einmal testen. Bearish Divergence hatten wir auch nicht. Also 1-Stunden und 4-Stunden hat eigentlich bis auf das Golden Pocket nichts für einen Short gesprochen. Und das ist eben genau das Risikoreiche gewesen, warum ich eben da nicht rein bin. Wie geht es jetzt weiter? Wie gesagt, wir haben hier oben eine Menge Volumen jetzt noch vorliegen. Wir haben den Abverkauf gesehen, der relativ schnell ging, mit einer neuen Ineffizienz, die sich hier gebildet hat. Wir ziehen uns auch mal hier das kleine Golden Pocket zumindest von der jetzigen Bewegung ab. Da könnte jetzt auch nochmal eben dieser Bereich hier oben bei 27.850 US-Dollar interessant werden. Ich mache mal das Große ganz kurz weg. Der Übersichtlichkeit halber zoomen hier nochmal ein bisschen ran. Dass wir gegebenenfalls jetzt heute nochmal im Laufe des Tages hier hochkommen, auch bis zum 0.786er ist möglich, weil wir eben auch hier bis dahin die Ineffizienz haben auf dem 1-Stunden-Timeframe. Und dann schauen, sollten wir hier drunter schließen, dann mit eben so einer Recovery Candle, dass wir sagen, okay, hier haben wir nochmal die Short-Möglichkeit. Der Entry wäre minimal tiefer als im Endeffekt der Short gestern, könnte aber dazu dann führen, dass wir eben, wie gesagt, nochmal hier runter abverkauft werden bis ungefähr 26.600 US-Dollar. Hier haben wir nochmal eine kleine Ineffizienz, die gefüllt werden könnte. Und von hier aus müssen wir dann komplett einen neuen Plan ziehen, ob wir dann gegebenenfalls genügend Volatilität haben, beziehungsweise genügend Volumen, um ein nachhaltiges Breakout über diese Mark hier oben oder über unsere Widerstandsbox zu kriegen. oder ob der Kurs dann einfach sagt, komm, wir rauschen einfach komplett ab. Das ist das Szenario für den heutigen Tag. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Sollte da wieder natürlich so eine impulsive Kerze kommen, die uns komplett ins 0786er schießt, beziehungsweise sogar noch drüber, ist der Short für mich erst einmal invalide. Dann wäre die nächste Möglichkeit, müssen wir dann auch wieder gucken, vom Volumen. Wir machen das kleine Golden Pocket weg von der jetzigen Analyse und ziehen nochmal das Große. Und sollte es, wie gesagt, dazu kommen, dass wir dann hier durchballern mit einer kompletten Candle, dann sogar noch über unserem gestrigen Hoch schließen, ist das einfach kein Short für mich. Dann ist die Kerze auch zu impulsiv und dann kann der Kurs auch weiterhin nach oben durchjumpen. Das sind eben jetzt die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Wir müssen ganz genau aufs Volumen gucken. Das war, wie gesagt, gestern zu hoch. Man sieht es auch, die ganze Zeit Volumen abfallen, dann eben diese impulsive Kerze, ohne Bearish Divergence, ohne nichts. Dann müssen wir gucken. Wie gesagt, sollte dann hier eine Bearish Divergence folgen, mit eben diesem Weg, dass wir sagen, okay, wir holen uns das höhere Hoch, schließen aber drunter, dann wird es interessant für den Short und dann können wir den auch mitnehmen. Weil dann haben wir eben, wie gesagt, die Bearish Divergence. Wir hatten ein höheres Hoch mit aber tieferen Schlusskurs und genau das sind die Argumente, die dann für mich für den möglichen Short zählen. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Ziellevel auch hier erreicht. Korrektur gestern bekommen. Das war genau das Ding. Wo wir gesagt haben, okay, wenn Bitcoin korrigieren sollte, sehen wir Ethereum auf jeden Fall hier unten nochmal. Aber auch hier momentan keine Bullish Divergence. Also ich würde mir hier erwünschen, dass wir nochmal ein bisschen tiefer gehen, diese Bullish Divergence treffen und dann eben die Korrektur oder Gegenkorrektur nach oben hin sehen. Ansonsten hat es auch grundsätzlich vom Fahrtweg gepasst. Aber wie gesagt, gestern schon dazu gesagt, kein Short hier. Interessant, wir warten jetzt hier auf Long-Einstiege. Momentan hält eben diese gelbe Linie als perfekter Support, aber wie gesagt, eine Bullish Divergence wäre ganz gut. Vier Stunden Chart, gleiches Spiel, keine Bullish Divergence, gar nichts. Also sollten wir die hier reinkriegen, wäre das wirklich ein sehr, sehr gutes Szenario, dass wir sagen, okay, wir machen hier einen Long-Entry. Gleiches Spiel natürlich bei Bitcoin und versuchen dann nach oben hin eine Long-Position mitzunehmen. Dann gucken, wo steht Bitcoin. Sind wir dann wieder Richtung Golden Pocket. Dann auf jeden Fall Ethereum und Bitcoin absichern und dann können wir auch mit einem Short dagegen erstmal noch einen Hedge-Trade aufmachen. Das ist jetzt auf jeden Fall der Plan. Klingt zumindest nach einem Plan. Und vielleicht noch mit Stop-Loss bei Ethereum, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken. 3% sind sehr, sehr viel. Wir müssen aber mindestens diesen Wig hier unten, den ihr hier seht, diesen Schatten, den vielleicht nochmal absichern. Dann wären ungefähr 1,5% Risk. Vielleicht arbeiten wir dann einfach mit zwei Orders, dass wir so auf 1% circa kommen. Ja, ansonsten steht heute news-technisch nichts mehr an. Später kommt noch das XRP-Update-Video. Um 12 Uhr kommt wie immer die neue Podcast-Folge auf Spotify, Deezer, Apple, überall, wo es natürlich Podcasts gibt, raus. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch den wieder anhört. Heute, glaube ich, wieder ein Q&A, wenn ich mich nicht mehr täusche, aber auch wieder mit interessanten Fragen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns auf jeden Fall später nochmal. Und dann wünsche ich euch einen schönen Start schon mal in das Wochenende hinein. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Und ansonsten, like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.